Jetzt wollen wir aber zunächst mal noch einmal nach Washington schalten. Wir haben ja dort gerade den Kanzler gesehen und live übertragen. Jetzt fragen wir nach bei Elmar Thewissen, dem Leiter des ZDF Studios in Washington. Herr Thewissen, also der Herr Kanzler hat vorhin seinen Besuch bei Joe Biden bilanziert und hat in etwa so das Gleiche gesagt, was er vorher gesagt hat. Ehrlich gesagt, wir fanden das hier ein bisschen dünne, was er so an Ergebnissen präsentiert hat. Sie auch? Ja, man muss vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Es wird ja hier kein offizielles Ergebnis geben, irgendeine Vereinbarung oder ein Abkommen oder Ähnliches, sondern das, was er gesagt hat, macht eigentlich ganz klar, wie die Linie der beiden ist und die sie gewissermaßen im Gleichschritt gehen. Nämlich es gibt nur einen Plan A und der heißt eben, der amerikanische Kongress muss in den nächsten Tagen noch zustimmen. Erstmal der Senat, ein Paket, das Hilfe für die Ukraine, für Taiwan und Israel vorsieht. Das liegt ja da parat, könnte in den nächsten Tagen noch zur Abstimmung kommen. Die Zukunft dann im Repräsentantenhaus ist natürlich ungewiss, aber dessen ist sich der Kanzler und auch der amerikanische Präsident natürlich bewusst. Deswegen vorhin vom Bundeskanzler zwei klare Ansagen. Das eine ist, er will sich einsetzen, dass die Europäer mehr tun. Denn je mehr die Europäer selber beitragen, ähnlich wie Deutschland das ja tut, desto größer der Druck auf die amerikanischen Senatoren und Abgeordneten, dass sie sich im Grunde genommen nicht den Schneid abkaufen lassen von den Europäern, sondern dass sie auch verstehen, dass Amerika Nachteile hat, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Das ist also das eine. Und ich glaube, der Kanzler hat auch klargemacht, in sehr netten Worten, was passiert, wenn das nicht passiert. Nämlich, dann sind diejenigen, die sich gegen diese Ukraine-Hilfe entscheiden und sich dagegenstellen, das sind die Schuldigen. Das hat er so nicht gesagt, aber indirekt. Er hat klargemacht, wenn die Ukraine diese Hilfe nicht bekommt, dann wird die Ukraine am Ende diesen Krieg verlieren und untergehen. Das habe ernste Konsequenzen. Also die, die das verhindern mit der Ukraine-Hilfe, die sind dann eben schuld daran. Gewissermaßen Verlierer der Geschichte. Das ist zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist, glaube ich, eine Lesart, die wir in den nächsten Tagen, all voran bei der Münchner Sicherheitskonferenz nächste Woche, aber auch durch den amerikanischen Präsidenten, öffentlich häufiger hören werden. Der US-Präsident hat ja vorhin, als er mit Olaf Scholz zusammensaß, einmal davon gesprochen, dass es eigentlich schon ein kriminelles oder fast kriminelles Versäumnis sei, dass die Abgeordneten eben nicht für diese Ukraine-Hilfe stimmen. Und entlang dieser Linie werden wir in den nächsten Tagen auch noch deutlich mehr von Joe Biden zu hören bekommen. Ja, eine deutliche Rhetorik des amerikanischen Präsidenten. In diesem Kamingespräch, wo die Presse ja kurz dabei sein konnte, vorher hat der amerikanische Präsident gesagt, es gehe ihm auch um die Stärkung der NATO. Also in dem Gespräch mit dem Bundeskanzler. Was ist denn da bekannt, Herr Thewissen? Welche Pläne hat das Weiße Haus? Naja, das Weiße Haus hat ein ganz großes Interesse daran, dass die Europäer wirklich Butter bei die Fische tun, also die NATO-Partner in Europa das Zwei-Prozent-Ziel tatsächlich erreichen und dass sie bereit sind, eben diese Lücke zu füllen, die die Amerikaner ein Teilstück auch lassen müssen, auch in den nächsten Jahren, weil sie sich schlicht und ergreifend und sich auch um andere Probleme in der Welt kümmern müssen. Joe Biden sagt ganz klar, die Allianz ist unverzichtbar und auch die amerikanische Mitgliedschaft in dieser NATO ist unverzichtbar. Aber er weist eben auch immer gleich darauf hin, was passieren könnte, wenn Donald Trump eben hier amerikanischer Präsident wird. Und Donald Trump hat kein Hehl daraus gemacht, dass tatsächlich er glaubt, Zitat, dass die USA nicht viel von der NATO haben und dass, wenn es darauf ankäme, die NATO, viele Länder in der NATO nicht an der Seite der USA stehen würden, also ihr zur Hilfe eilen würden. Das ist schon historisch eigentlich ziemlicher Blödsinn, weil die Europäer, die NATO-Staaten ja nach dem 11. September alle in Solidarität an die Seite der USA getreten sind. Aber diese Lesart, die Trump verbreitet, kommt ein Stück weit hier an. Und deswegen gilt auch hier, je stärker die NATO-Mitglieder in Europa beitreten, zur gemeinsamen Aufgabe, desto größer der Druck eben auch hier in den USA weiter in der NATO führen zu sein und möglicherweise sich auch gegen den Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei zu stellen, Donald Trump, der ganz offen über einen möglichen NATO-Austritt redet. Sagt Elmar Thewissen, zugeschaltet live aus Washington. Herr Thewissen, ich sage danke für Ihre Zeit und danke für diese Analysen.